so hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video ich wollte euch heute mal ein kleines update geben über mein motorrad was denn jetzt alles kaputt ist wie es dann weiter geht und wie der aktuelle stand der dinge ist und natürlich ein kleines update zu mir ich glaube wir fangen am besten aber wirklich mal direkt an mit dem motorrad weil ich es jetzt ja schon so schön vor mir habe also ich glaube ich gehe von vorne durch was denn alles kaputt ist bzw was ich jetzt schon gemacht habe erstmal die sachen die kaputt sind also das erste direkt sieht man hier natürlich das ist der burscht das ist nur ein bisschen verkratzt so dann ist krumm ist die gabel da blende ich ein bild ein ich weiß nicht ob man das jetzt hier so gut sieht blende ich auf jeden fall doch man sieht es also ich stehe jetzt gerade davor man sieht ja wie hier dass das rad steht zur vergabe ja jetzt stehe ich zum beispiel gerade vorm lenker ja gut dann das hier haben wir schon getauscht die lampe ist schon neu das hier ist kaputt deshalb habe ich gerade mit klebeband ein bisschen zugemacht dass da nichts passiert ja gut dann ist leider der hebel kaputt das problem ist mit dem hebel dass irgendwie sich da drin was verstellt hat weil es diesen diesen einsteller verdreht hat und jetzt kann ich auf hinter die 1 stellen ich meine er funktioniert noch ich weiß noch nicht ob ich ihn dran lasse oder ob ich einen tausch muss man mal gucken dass ich hier sogar mein griff hat es mir hier kaputt gerissen da habe ich aber auch schon neun naja das hier ist natürlich kaputt da habe ich sogar am tag davor was vom händler gekauft die bremsleitung ist kaputt die war nämlich abgeknickt leider dadurch dass dadurch dass die ganze armatur sich hier verschoben hat ja die haben wir jetzt wieder zurecht geschoben war der hier leider krumm das heißt den habe ich aber auch schon neu der muss nur dran kommen glücklicherweise hat der kühler nichts bis auf hier ein paar kratzer das ist nicht so schlimm der kühler an sich ist gut genau das heißt hier vorne haben wir jetzt alles abgehakt der tank natürlich ja den haben wir jetzt provisorisch haben wir den mit bordeaux rot also mit grundierung halt und dann klarlack drüber deshalb gemacht weil der tank angefangen hat zu rosten genau aber das wird wahrscheinlich nicht so bleiben also da kann man sich sicher sein dass das noch mal geändert wird genau datensturzpads da hatte ich auch richtig richtig gut glück ich stelle ich das mal scharf so sagt ich habe nämlich einfach nur ich kriege die ab ich kriege jetzt nicht ab aber sieht sie ein bisschen ja die stürzpads an sich ist schon kaputt aber ich habe einfach die abdeckung neu gekauft dann sieht man es nicht fertig weil die stürzpads ist gerade ja das stürzpads hier wunderschön noch gerade und so weiter das hat nur ganz bisschen abgeschliffen und da brauche ich dann auf jeden fall kein neues das ist schon mal hier geld sparen mit zlatty gut dann fehlt hier natürlich jetzt der auspuff der alte ist mir abgerissen ja der hat löcher und aktuell haben wir da jetzt nur so ein rohr wie sich das anhört könnt ihr euch auf instagram anhören oder ihr gehört ihr hört jetzt mal geschwind zu genau was wir schon gemacht haben jetzt zum beispiel die hinterrad bremser hier war kaputt da hat es mir das mir einfach dieses ganze stück weggerissen die hang im endeffekt hier die bremser und genau das habe ich schon getauscht da haben wir natürlich ja einen wunderschönen tauschbremshebel ja quasi neu kauft kauft nie sachen auf ebay wenn euch die leute sagen ja ist wie neu nur einmal kurz an der mauer hängen geblieben dass das hier ist einmal kurz an der mauer hängen geblieben kein joke und er hat gesagt das ist einmal kurz an der mauer hingeblieben wahrscheinlich einmal kurz an der mauer hingeblieben oder naja genau das heißt das ist gemacht das problem ist jetzt ja wie man sieht ist das heck dezent schief das hängt halt damit zusammen das hängt damit zusammen dass einfach das ganze heck halt verschoben wurde wir haben jetzt auch alles schon abgebaut das sieht nicht so schlimm aus aber hier ist normalerweise in einen halter drin und dieser halter ist abgerissen und hat mir das ganze heck weggerissen das heck habe ich aber auch schon neu das heißt das wird auch geändert das was ich bekommen habe bis zu auch ein bisschen verschraubt aber da machen was schönes draus ja da wird auf jeden fall wird noch was schönes raus gemacht aber hier sieht man ja das sieht man ja dass das alles krumm ist dementsprechend hat ziemlich sicher auch der heckrahmen leider was aber was soll es ein heckrahmen ist nicht allzu teuer der wird dann auf jeden fall auch noch getauscht wenn wir die ganze verkleidung tauschen und so weiter kommt auch ein neuer heckrahmen so ich glaube fast das war's also was jetzt heute noch zu tun ist in ein paar minuten deshalb drehe ich jetzt relativ fix diesen diesen kleinen dieses kleinen video in ein paar minuten wird mein motorrad abgeholt dann wird die gabel gemacht und dann kann man endlich mal wieder eine probefahrt machen und schauen geht alles sonst und so weiter und dann die restlichen teile tauschen und dann eben auch das heck tauschen das wird jetzt übrigens ein einsitzer so und so viel ich jetzt vorhin auch schon erzählt habe ach schau mal das ist mein alten knieschleifer wir sind aber ganz schön am säckel da ist nicht mehr viel zu schleifen so aber hier ist noch viel das soll gleich das thema sein und zwar liegen da nämlich jetzt alle ersatzteile die ich habe da hinten ist noch mein kaputter auspuff da ist dann da ist kaputt auspuff kaputt da ist noch neuer vorderreifen dass man alter hin dann habe ich da noch ein bisschen öl ja wie auch immer das sind aber keine sneakers ich weiß war da drin ich glaube griffe das sind auf jeden fall alle ersatzteile die ich jetzt schon habe es ist quasi schon alles also jetzt zum beispiel lenker da haben wir irgendwelche abdeckungen dann liegen hier noch ganz viele verkleidungsteile rum das ist komplettes heck und abdeckung und genau hier neues rücklicht das ist halt weil hinten alles neu muss genau soviel zu zu den sachen und jetzt zu mir also mir geht es immer besser auf jeden fall ich kann ja hier den linken arm manche ganz viele leute sagen immer ja slatti wie geht es am arm ja meinem arm geht es wunderbar aber mein arm hatte noch nie was mein schlüsselbein war nämlich gebrochen nicht mein arm und das ist kann das euch ja mal zeigen so das sieht man also das ist die nabe vom schlüsselbein die ist glücklicherweise wirklich ultra mini ich meine mein finger daneben da ist mega klein bin ich auch extrem froh und also die tut jetzt nicht weh oder so es ist mehr der schmerz innen im schlüsselbein noch jeder der mal schlüsselbeinbruch hat oder hatte wird das kennen das dauert jetzt halt einfach ein bisschen bis der knochen wieder richtig zusammengewachsen ist ich kann schon wieder alles machen ich kann alles bewegen aber ich habe halt schmerzen die dauern natürlich auch ein bisschen bisschen noch weg gehen aber ich bin auf dem weg der besserung und ich denke in drei wochen werde ich auf jeden fall auch wieder auf dem box sitzen können wenn eben ja der bock bis dahin fertig ist aber ich gehe einfach mal davon aus ich hoffe einfach mal dass das so hinhaut ja das war es dann im großen und ganzen auch also wie gesagt das sind alle ersatzteile die ich habe ja sobald der bock jetzt erst ist gerade jetzt in der werkstatt das haben wir weggebracht und ich sehe gerade hier ist der noch das so sieht man schlüsselbein jetzt aus dass der draht der da drin ist aber es wird wieder wie gesagt zum ob es jetzt weggebracht das holen wir dann in ein paar tagen wieder und ja dann sollte auch alles fertig sein dann kann man die verkleidung dann bauen und dann bin ich wieder zumindest motorrad mäßig fit bis dahin wünsche ich euch auf jeden fall noch einen wunderschönen tag genießt das schöne wetter ja den schönen saison fangen und vor allem bleibt sitzen ja ich habe gehört unfälle tun weh gut und dann sehen wir uns auf jeden fall hoffentlich im nächsten video bis dahin tschüss